Luka ist eine italienische Stadt in der Toskana mit 89.204 Einwohnern. Die Hauptstadt der Provinz Luka liegt im Tal des Flusses Sergio circa 20 Kilometer nordöstlich von Pisa und 20 Kilometer östlich der toskanischen Küste. Im 13. und 14. Jahrhundert zählte Luka zu den einflussreichsten europäischen Städten. Große Bedeutung hatte insbesondere die Textilindustrie. Die großen Plätze, die romanischen Kirchen und die mittelalterlichen Türme zeugen von der einstigen Bedeutung dieser Stadt. Ihre von vier Toren durchbrochenen Befestigungsanlagen wurden 1504 begonnen und 1645 fertiggestellt. Die heute noch gut erhaltenen Anlagen, die lange zu den bemerkenswertesten in Italien zählten, tragen eine von Bäumen gesäumte Promenade um den Stadtkern. Geschichte Das antike etruskische Luka, das das Tal des Sergio beherrschte, findet erstmals Erwähnung beim Historiker Livius als der Ort, wohin sich Sempronius 218 v. v. chr. vor Hannibal zurückzog. Es gibt Zweifel an der Korrektheit von Livius' Feststellung, denn obwohl es kontinuierlich Kriege mit den Ligüren gab, wird Luka erst 180 v. v. chr. erneut genannt. Damals wurde Luka gleichzeitig mit Pisa und Luna als römische Kolonie gegründet, um die Herrschaft der bis dahin in diesem Raum ansässigen Apuaner endgültig brechen zu können und das Land für Rom in Besitz zu nehmen. Durch die Lex Julia von 90 v. chr. muss es ein Munizipium geworden sein, hier hielt Julius Caesar 56 v. chr. seine berühmte Besprechung mit Pompejus und Cassus. Zu diesem Zeitpunkt gehörte Luka noch zu Ligurien, nicht zu Eturien. Wenig später wurde hier durch das Triumvirat oder durch Octavian eine Kolonie geführt. Ob nach der Schlacht von Philippi oder nach der von Aktion ist unklar. In der augustäischen Unterteilung Italiens wurde Luka der 7. Region zugeordnet. Aus der Periode des Kaiserreichs ist wenig bekannt, außer dass es eine Kreuzung der Straßen nach Florencia, Luna und Pisee war. Obwohl es von Odoacker geplündert und eines Teils seines Territoriums beraubt wurde, erscheint Luka zur Zeit von Narzis, der es 553 drei Monate lang belagerte als wichtige Stadt und Festung. Unter den Langoberden war Luka die Residenz eines Herzogs oder Markgrafen, welches das Münzprivileg hatte. Die Herzöge erweiterten ihre Macht allmählich auf die ganze Toskana. Aber nach dem Tod der berühmten Matilda begann sich die Stadt als unabhängige Kommune zu konstituieren. 1160 erhielt sie vom bayerischen Herzog und toskanischen Markgrafen Welfaui. Im Gegenzug für einen jährlichen Tribut die Herrschaft über ein Territorium um die Stadt. Der Reichtum und Einfluss der Stadt Luka im 13. Jahrhundert basierte zu einem großen Teil auf ihrer Textilindustrie. Berühmt war Luka unter anderem für seine Seide, deren Farbenpracht in Europa als unübertroffen galt. Innere Uneinigkeit gab Pugucione della Fagiola, mit dem Dante einige Zeit dort verbrachte, Gelegenheit, sich 1314 zum Herren von Luka zu machen. Aber die Lucesi verstießen ihn zwei Jahre später und übergaben die Stadt an Castruccio Castracani. Unter dessen geschickter Tyrannasi für kurze Zeit bis zu seinem Tod 1328 sein Grab befindet sich in der Kirche San Francesco, die führende Stadt Italiens wurde. Politische Unruhen zu Beginn des 14. Jahrhunderts führten jedoch dazu, dass viele Luceser, Färber und Seidenweber nach Venedig flohen. Die Stadt Venedig bot den Flüchtlingen großzügig Asyl und finanzielle Hilfe an, allerdings unter der Bedingung, dass sie in Venedig ihr Gewerbe praktizierten. Die Luceser Zunftgesetze sahen zwar den Tod für alle Bürger vor, die ihr Textilhandwerk außerhalb der Stadtmauern praktizierten. Angesichts ihrer finanziellen Lage nahmen jedoch viele Luceser Handwerker die venezianischen Bedingungen an. Von den Truppen Ludwigs des Bayern besetzt, an den reichen Genoeser Gerardino Spinola verkauft, vom böhmischen König Johann besetzt. An die Rossi aus Parma verpfändet, von denen an Martino de la Scala aus Verona abgetreten, an die Florentina verkauft, an die Pisana übergeben. Nominell befreit von Kaiser Karl IV. Und von seinem Vika regiert, gelang es Luca ab 1369 zuerst als Demokratie, nach 1628 als patrizisch-aristokratische Oligarchie, seine Unabhängigkeit als Stadtrepublik neben Venedig und Genua zu behaupten. Bis zur Französischen Revolution schrieb es das Wort Libertas auf seine Fahnen. Die politischen Wirren des 13. und 14. Jahrhunderts wurden von Dante in seinem Werk thematisiert. So führt Libertas anhand der Fallbeispiele Alessio Interminelli, Bontorodati und Bonagionta aus. Anfang des 16. Jahrhunderts unternahm einer seiner führenden Bürger, Francesco Burlamacchi, einen Versuch, italienpolitischen Zusammenhalt zu verleihen. Er fiel aber auf dem Schafott, sein Denkmal von Ulisse Kambi wurde 1863 auf der Piazza San Michele aufgestellt. Durch die militärische Macht der siegreichen französischen Revolutionsarmeen, die die österreichische Oberherrschaft über Italien beendeten, wurde die Republik Luca 1799 1.800stel gezwungen. Eine moderne Demokratie nach französischem Muster und in völliger Abhängigkeit vom Frankreich Napoleon Bonaparte einzuführen. Im Juni 1805 dekretierte der unterdessen zum Kaiser der Franzosen und zum König von Italien proklamierte Napoleon Bonaparte die Abschaffung der Republik, die stattdessen zugunsten seiner Schwester Elisa Bonaparte und ihres Ehemanns Felix Beyshecki zum Herzogtum Luca umgebildet wurde. Luca wurde im Zuge des Sturzes Napoleons 1814 kurzfristig von neapolitanischen, dann von österreichischen Truppen besetzt. Auf dem Wiener Kongress der 1814 15. über die Neuordnung Europas entschied, wurde der kleine, aber wohlhabende Staat Luca zur Verschiebe- und Entschädigungsmaße für dynastische und machtpolitische Interessen. Das Kaisertum Österreich verweigerte damals, trotz des ansonsten von ihm hochgehaltenen dynastischen Legitimitätsprinzips, dem Bourbonischen. Erzogtum Parma die Rückkehr in dessen Hauptstädte Parma und Pia-en-Schar, die auf Lebenszeit als Versorgungsgebiet für Napoleons Witwirt, die ehemalige französische Kaiserin Marie-Louise, eine Tochter von Franz I., vorgesehen wurden. Die parmesischen Bourbonen sollten, solange Marie-Louise lebte, stattdessen mit der ehemaligen Republik Luca als Herzogtum entschädigt werden. Das allerdings nach einem Überwechseln der Bourbonen nach Parma und Pia-en-Schar an das habsburgische Großherzogtum Toskana fallen sollte. Nach längerem Widerstand des Hauses Bourbon-Parma, das darin vom eng verwandten spanischen König Ferdinand VII., unterstützt wurde, trat Ferdinands Schwester Maria Luisa, Königin von Etrurin, im November 1817 die Herrschaft als Herzogin von Luca an. Mit ihrem Tode 1824 folgte ihr Sohn Karl Ludwig, der ehemalige Kindkönig von Etrurien. Dieser verzichtete aufgrund der sich verschärfenden innenpolitischen Lage im Vorfeld der Revolution von 1848-49, jedoch im Oktober 1847 schon vor dem Tode der parmesisch-habsburgischen Herrscherin Marie-Louise zugunsten des Großherzogs der Toskana auf die Regierung in Luca. Das Herzogtum bildete seither einen Teil der Toskana, mit der es im Laufe des Risorgimento 1859-61 zunächst an Sardinien, dann an den neuen Einheitsstaat Italien angeschlossen wurde. Flaggen der Lucesischen Republik Trotz der Kurzlebigkeit der Lucesischen Republik von 1799 bis 1805 benutzte diese während ihres Bestehens drei verschiedene Flaggen. Punkt, 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 Sehenswürdigkeiten Das rechteckige Netz des historischen Zentrums zeigt noch heute den römischen Straßenverlauf, während die Piazza San Michele die Form eines alten Forums hat. Das Panoramabild zeigt die Piazza dell'Amphitheatro. Die Piazza ist der Innenraum eines römischen Amphitheaters. Die Mauern werden jetzt für Geschäfte genutzt, an der Außenseite sind noch Originalteile des Amphitheaters zu erkennen. Kirchen, Punkt, 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 Professor an Bauten und Anlagen Piazza Napoleonen Piazza San Michele Piazza dell'Amphitheatro Häuser auf den Resten des antiken römischen Amphitheaters Museo Nacional e Ginigi im Palazzo Ginigi mit Torre Ginigi Museo e Pinacoteca Nazionale Via Oliva im Ortsteil San Pancrasio Palazzo Fana mit Garten Torre delle Oree Geburtshaus des Komponisten Giacomo Puccini Der italienische Staat hat das Haus, das heute ein Museum beherbergt. Zugleich mit den Geburtshäusern von Gio Echino Rossini und Giuseppe Verdi mit dem europäischen Kulturerbesiegel ausgezeichnet. Vollständige Stadtmau mit Festungswerken von 1650. Punkt, 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 Politik Mauro Favilla wurde im Juni 2007 zum Bürgermeister gewählt. Sein Mitte-Links-Bündnis stellt mit 26 von 40 Sitzen die Mehrheit im Gemeinderat. Favilla war bereits von 1972 bis 1988 Bürgermeister von Luca. Luca unterhält offizielle Partnerschaften zu fünf europäischen Städten und einer Stadt in Übersee. Vereinigtes Konigreich Erbingen in Südostengland, Deutschland Schungau in Bayern, Frankreich Kolmar im Elsass, Belgien St. Niklas in Flandern, Niederlande Gorinchem in Südholland, Vereinigte Staaten South San Francisco in Kalifornien, Söhne und Töchter der Stadt. Giovanni Battista Andreoni, Opernsänger Michelangelo Ansemi, Maler und Frescant Renato Ballestrero, Automobilrenfahrer Bentello Bentelli, Kardinal Francesco Bassanti, Komponist, Oboist und Flötist Pompeo Batoni, Maler Luigi Boccarini, Komponist und Schellist Castruccio Castracani, Herzog von Luca Alfredo Catalani, Opernkomponist Matteo C. Vitalli, Bildhauer und Maler Michela Fanini, Radsportlerin Gemma Galgani, stigmatisierte Heiligsprechung am 2. Mai 1940 durch Papst Pius XII. Francesco Gemignani, Violinist, Komponist Giovanni Giorgi, Physiker und Mathematiker Giambattista Giusti, Ingenieur und Übersetzer Giovanni Lorenzo Gregory, Violinist und Komponist des Barock Helena Geras, Ordensschwester und Begründerin eines Ordens, selig Sprechung am 26. April 1959 durch Papst Johannes XXIII. Cristofano Malverzi, Organist und Komponist der Renaissance Dominico Martinelli, Architekt, der 1690 bis 1705 auch in Wien tätig war Felice Matteucci, Ingenieur, Mieterfinder eines Verbrennungsmotors Marzino Montenari, Historiker und Germanist Luigi Nerizzi, Komponist und Autor der Storia della Musica in Luca Leonno Melini, US-amerikanischer American Football Spieler Lucius III, Papst Pietro Paolini, Maler Santi Panini, Bibelgelehrter Paales III, Gegenpapst zu Alexander III Carlo Piaccia, Afrika-Reisender Raffaele Pirotti, Kardinal Giacomo Puccini, Komponist Giovanni Sercambi, Schriftsteller und Staatsmann Pietro Testa, Maler und Radierer Giacomo Puccini, Komponist